Man möge sich mal folgende Situation vorstellen. Wir gehen zur Arbeit oder zur Schule. Was machen wir? Wir beschweren uns, weil wir arbeiten müssen oder eben zur Schule gehen müssen. Dann, bei der Arbeit oder eben halt in der Schule, setzen wir uns an einen Tisch, zücken den Bleistift raus und zack, der Bleistift bricht ab. Was machen wir? Wir meckern. Dann wollen wir nach Hause fahren und halten noch gerade auf dem Weg bei einem Kiosk an. Was sehen wir? Die Preise sind gestiegen. Und was machen wir? Wir beschweren uns. Dann gehen wir nach dem anstrengenden Zeit nach Hause. Erstmal an den Computer. Wollen ins Internet. Wir können leider gerade nicht ins Internet. Was machen wir? Wir beschweren uns. Also, warum beschweren wir uns? Wir als Deutsche. Wir als Europäer. Wir, die Menschen der Ersten Welt. Warum meckern wir so viel? Warum beschweren wir uns so oft? Und warum gerade wir? Warum haben wir das Recht, uns am meisten zu beschweren? Vielen Dank. Vielen Dank. лив